Musik Wir sind der St. Nikolaus Stift Caritas Pflege GmbH und das heißt, wir bestehen aus einem Altenheim mit 49 Plätzen, drei Tagespflegen und einem ziemlich großen ambulanten Pflegedienst, der halt hier im nördlichen Emsland und südlichen Ostfriesland unterwegs ist. Musik Wir sind familienfreundlich, weil ich denke, dass das einen großen Teil zur Mitarbeiterbindung dabei trägt. Ich würde uns auch nicht nur als familienfreundlich, sondern als mitarbeiterfreundlich darstellen, denn bei uns sollen alle Mitarbeiter gut behandelt werden und da wird natürlich besonders auch Wert auf die Familie gelegt. Musik Wir sind da schon 2016 mit angefangen, dass wir damals gesagt haben, wir bilden viele kleine Teams und diese kleinen Teams, die organisieren sich selber, damit das für die alles ein bisschen durchschaubar ist. Wir setzen unsere Leute alle regional ein, das heißt also in jeder Region gibt es kleine Teams und diese Teams setzen sich zusammen und organisieren sich selber, das heißt, die machen selbst ihre Dienstpläne, wann kann ich wie arbeiten, die machen selbst auch ihre Urlaubsgestaltung. Dann bieten wir so kleine Extras an, wie uns ist das wichtig, dass wenn die hier reinkommen, dass immer frisches Obst da ist. Wir haben eine Eistruhe, die können mal ihre Kinder mit zur Dienstbesprechung nehmen. Wir haben zum Beispiel digitales Lernen, das heißt, sie können sich überall einschalten von zu Hause aus, wenn sie ihre Fortbildung machen müssen. Sie müssen also nicht extra hierher kommen und können da dann digital ihre Weiterbildung machen. Wir haben unsere Dienstbesprechung per Zoom umgelegt, das heißt, auch da müssen sie nicht immer hier direkt vor Ort sein, sondern können sich digital einschalten und können dann somit flexibler ihren Alltag gestalten. Und dann ist immer was dazugekommen. Also auch jetzt ist kein Stillstand. Wir sind vor guten zwei Jahren mit dem BGM hier angefangen. Das ist so, dass wir da zum Beispiel mit der AOK zusammenarbeiten, dass wir uns jeden Monat in den letzten Monaten immer was ausgedacht haben, um die Mitarbeiter mit kleinen Gadgets zu erfreuen, um denen auch einfach zu sagen, ey toll, was ihr macht, das, was ihr macht, das ist nicht selbstverständlich und ihr leistet richtig viel und das wissen wir auch zu schätzen.